Ja, warte nur noch mal. Komm mal her. Meine neue Karre, die ich mir heute geholt habe, Alter, warte doch mal! Kommen Sie noch mal bitte her. Der springt, Olli. Ach nee, Alter. Klar, ich will meinen Kumpel mal zum LS Custom fahren und will Hagenau die Karre aufhaben. Die ich jetzt anfordern werde. Darf ich mich mal in deinen Motorraddruck beladen? Wenn du einen machen kannst. Kannst du keinen machen? Ja, war ja, mach ich einen. Daher kann ich mich nicht in den Motorraddruck einladen, Alter. Daher kann ich es nicht in den Motorraddruck einladen, Alter. Da kann ich die Motorraddruck einladen. Ah, ich bin zurückgekriegen, Alter. Ich glaube, es ist einfach ein Yoga-Dienst. Ich dürfte es haben, Alter. Äh, warte hier. Hä, wo ist denn der, Alter? Ach, der ist so stört. Die Karin ist so stört, Alter. Der ein oder andere weiß, welche Karre das ist, Olde. Mal gucken, wo er bleibt, Alter. Mal gucken, wo er bleibt, Alter. Ich meine, so lang ein bisschen durch die Luft schlauen. Mal gucken, wo die Karre gespunen ist. Da. Noch? Ja, gut. Mal gucken. 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 Und den kaufst du dir einmal. Aufgetunt sieht der Vieh geil aus. Hol dir den. Tauschen Karin Frutu. Das ist die Hauptkarre für die Briftkarre. Wie viel Geld hast du? Wenn du 20.000 hast, dann geht's. Wenn du unter 20.000 hast, du kannst den nicht aufdecken. Und jetzt guck mal, wie geil der ist. Hol dir den am besten. Ein schwarz ist am geilsten. Komm mal raus. Komm mal raus. Ich komm dann gleich mal mit meinem aufgetunten Karin Frutu. So, einmal warten bis du draußen bist. Sag, wenn du draußen bist. Bist du draußen? Bist du noch nicht? Hey, wie weit bist denn du weg, Alter? Wo wollen wir uns treffen? Wo wollen wir uns treffen? Wo wollen wir uns treffen? Ich komme mit meinem Karin-Foto und versuche keine Macke reinzuballern, Alter. Also, du siehst ja diesen Umriff davon. Hast du dir den Karin-Foto geholt? Das ist nicht gut. 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 Hm? Ja. Kannst du mal rauskommen? Guck mal, wie aufgestunt Karins Foto aussieht, Alter. Guck mal, der Auspuff. Ich sag dir mein ganzes Tuning-Ding, okay? Ja, okay, du musst das Haar genau mit verschiedenen Sachen tun, sonst kann man mit den Striften aber auch egal, ne? Du brauchst zum Beispiel, es gibt nur einen Hack-Spoiler, womit es auch eine richtige Driftkarre wird. Hast du ein falsches Teil, dann kannst du es gar nicht als Driftkarre nehmen. Hm? Was? Willst du als Driftkarre oder nicht? Ja, okay, die ist besser wie im Driften, wie mit Fahnen, sag ich dir nur, ne? Aber soll ich jetzt irgendwas für Aufpünung, die ich da drauf hab? Oder nicht? Die kann man eigentlich nicht geile Aufpünung, finde ich. Wie ist es? Machen. Machen. �지